Wir holen unseren Wir-Wirte-Wandern-Rucksack bei Günther Huppmann ab, der uns auch den Weg kurz beschreibt. Es geht beim Zentrum, bei der Kirche vorbei und dann immer kontinuierlich bergauf. Bereits nach kurzer Zeit haben wir einen sehr schönen Blick in Richtung Klein-Lobming. Der Wanderweg führt über Wiesenwege, Waldwege zu unserem ersten Wegpunkt der Ebnerhütte. Ein sehr idyllisches und romantisches Platz. Nun haben wir unseren höchsten Punkt erreicht. Weiter geht's auf Waldrandwegen und Forststraßen, wobei dieser Wanderweg sehr gut markiert ist. Jetzt geht es noch über einen Holzsteg, bevor wir unser Wir-Wirte-Wandern-Platzl erreichen. Und hier machen wir uns es gemütlich. Na dann, Mahlzeit und Prost! Die zweite Möglichkeit, das Essen zu genießen, besteht direkt oberhalb des Gasthofes, mit einem wunderbaren Ausblick. Und hier machen wir uns es mordieren! Vielen Dank!